Hallo Leute, es geht richtig los jetzt mit Tomb Raider Anniversary. Wir starten das richtige Spiel, nachdem wir Croft Manor hinter uns gebracht haben. Viel Spaß! Wir spielen das Ganze auf Mittel, würde ich sagen. Manuelles Greifen lassen wir auch aus. Ja, ist in Ordnung so. Kalkutta, Indien, 1996 Was muss ein Mann tun, damit Sie ihm solche Beachtung schenken? Wenn Sie diese Art von Beachtung wollen, Nassen, sind Sie auf dem richtigen Weg. Klingt verlockend. Aber ich möchte Ihnen nur jemanden vorstellen. Darf ich vorstellen? Jacqueline Nadler, Präsidentin von Nadler Technologies. Guten Tag, Miss Croft. Meine Forschungsabteilung widmet sich seit einiger Zeit dem Studium antiker Artefakte. Und ich bin der Meinung, dass Sie genau die richtige Frau sind, um sie für mich aufzuspüren. Ich fürchte, Sie irren sich. Für mich ist das Ganze ein Spiel. Genau deshalb wende ich mich an Sie, Miss Croft. Dieses Spiel haben Sie schon gespielt, mit Ihrem Vater. Oder haben Sie nicht jahrelang nach dem Sion von Atlantis gesucht? Alles, was Ihnen damals fehlte, war Qualopecks Grab. Sie haben Wilkabamba gefunden? Wann können Sie in Peru sein? Wilkabamba bleibt ein Rätsel. Und meine Entschlossenheit, trotz aller Misserfolge weiterzusuchen, drückt die Moral. Ich denke, dass Jenkins für den Aufruhr verantwortlich ist. Er will einfach nicht akzeptieren, dass Atlantis das Fundament aller uns bekannten Kulturen war. Es wird immer deutlicher, dass offenbar nur Lara vorurteilsfrei und aufgeschlossene Not ist, dieser Tatsache ins Aufruhr zu setzen. Ja, und damit heiße ich euch nochmal herzlich willkommen in diesem Spiel, denn jetzt geht das Abenteuer erst so richtig los. Wir haben uns erstmal eingespielt gehabt in Croft Manor in ihrem Zuhause und sie hat einen neuen Auftrag bekommen von Naddler. Es hat etwas damit zu tun, mit der Zeit ihres Vaters, mit dem sie früher wohl mal irgendwas erlebt hat. Und da sucht sie jetzt was zu, was verloren gegangen ist. Springen Sie auf die Mauer und damit sehen Sie ja okay. Und ja, bin ich ja mal sehr gespannt. Wieso wird mir hier eigentlich immer diese Tastatursache angezeigt? Das ist sehr merkwürdig, da ich ja hier eigentlich mit Gamepad spiele. Anscheinend reagiert das Spiel darauf gar nicht. Was ist denn hier eh jetzt? Ich muss mal ein bisschen rumprobieren. Ah, okay. Dreieck. Alles klar. Ja. Ja, okay. Bewegen Sie sich mit der Bewegungstaste von der Kante weg und drücken Sie. Mhm. Ja. Drehen Sie mit der Maus die Kamera. Ja, ich benutze nicht die Maus. Ich benutze den Joystick. Das war jetzt nicht schlau, weil sie hat sich noch festgehalten. Gott sei Dank ist man ja die Steuerung noch etwas gewöhnt. Von den Spielen. Und auch dadurch, dass wir jetzt vorher ein bisschen geübt haben. Da war jetzt aber nicht unten schon irgendwie was wieder, was ich einsammeln konnte, oder? Ich glaube nicht. Gebirgshöhlen. Ah, ich bin schon ganz aufgeregt. Speichern Sie nach einem Kontrollpunkt manuell, werden Ihre Fortschritte bis zu diesem Punkt gespeichert. Hm. Ich glaube, jetzt können wir auch manuell speichern. Sehr gut. Das ist ja sehr gut. Das ging nämlich bei Ihrem Haus nicht. Also da konnte ich das nicht machen. Was ich ja auch komisch finde, ist, dass es hier mega kalt sein muss und sie aber hier in ihren normalen Klamotten irgendwie rum eiert. Ich meine, die muss doch total frieren. Er ist voll dick angezogen. Okay, mit seinem komischen Sombrero-Sonnenhut, das ist irgendwie auch nicht so das Wahre. Oh oh. Oh oh. Oh oh oh. So, das ist also der Eingang gewesen. Unser Freund hat es leider nicht geschafft. Okay. Oh oh. Ähm. Naja, so hat es auch geklappt. Wie kann ich schnell laufen? Ich kann hier irgendwie schnell laufen? Wie denn? Oh, jetzt weiß ich das wieder nicht. Ich glaube, mir wurde da was anderes gerade gesagt. Ich glaube, ich kann schnell laufen. Muss ich nochmal über die Zeit rauskriegen? Okay. Dann schauen wir uns mal hier um in den unheimlichen Höhlen. Naja, Gebirge eher. Aber ich glaube, sie steht da voll drauf. Ich glaube, im Moment hat sie noch nicht so Angst. Für sie ist das alles eher, ja, ein Abenteuer. Aber trotzdem ist ja schon jemand gestorben. Ging ja recht schnell. Ich frage mich, ob ihr das leidtut. Okay. Okay, erste Gegner. Die auch direkt verschwinden. Also im Moment geht's ja hier noch. Oh. Ein Medipack. Ja, sehr gut. Ja, Mensch. Wie läufst du denn schnell? Das würde ich jetzt auch gern mal wissen. Drücken halten sie die Maus. Erben Gegner ans Visieren. Ich glaube, so. Oder? Was ist damit gemeint? Ist damit das Visieren gemeint? Ich... Ich... Ich habe keine Ahnung. Ich habe mal das mit dem Visieren geübt, aber irgendwie... Haben sie einen Gegner anvisiert, drücken sie die Zieltaste, während sie sich einem anderen Ziel... Oh, das ist ja echt blöde hier mit der Steuerung und so, dass der das jetzt nicht erkennt. Ich bin doch gar nicht hier mit... 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 Ich bin doch hier mit Gamepad unterwegs. Warum erkennt er das denn gar nicht? Das finde ich irgendwie doof. Hier, Gamepad. Ist doch an. Ja, wird doch auch angezeigt. Funktioniert also. Und? Aber? Zählt nicht, oder was? Naja. Gut. Ähm... Hm, ich glaube, ich muss mich hier runterschlittern. Lassen. Also, momentan geht's ja noch, dass sie automatisch irgendwie zielt. Läuft Lara über eine Kante, greift sie automatisch danach. Aha. Alles klar. Oh. Ach, immer diese schön gemachten Schalter, die rein zufällig hier gebaut wurden für ihre Abenteuer. Und nur sie kennt diese Höhen. Ich habe hier ein komisches Gefühl, dass hier noch was kommt. Ja. Kannst du mal springen? Okay. Okay. Okay, die beiden sind tot. Warum springt sie hier jetzt nicht? Okay, ich dachte, sie könnte springen. Aber gut, habe ich mich wo geirrt? Und noch ein Medipack. Sehr schön. Irgendwas stimmt mit meinem... Da stimmt doch was nicht. Irgendwas habe ich jetzt umgeschaltet, habe ich gerade gemerkt. Ich musste nämlich gerade... Ja, meine X-Taste geht auf einmal nicht mehr. Was ist das denn? Ähm... Entschuldigung, dass das hier gerade so verwirrend läuft. Kannst du jetzt wieder springen? Springen? Nee. Guckt mal, es ist ganz komisch. Dö, 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 sie ist hier ganz... Ich kann nämlich nicht mehr springen und ich kann dementsprechend auch gar nicht... Hä? Das ist ja merkwürdig. Leute, ich mache mal ganz kurz einen Cut und kümmere mich mal um die Steuerung. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe wohl durch die Optionen irgendwie was verstellt gehabt. Jetzt kann ich auch wieder springen. Sehr schön. Ja, wie kommen wir denn mal da oben hin? Vielleicht hier von der Seite oder so? Oder von ganz oben? Vielleicht sich da runterhangeln? Nee, das geht ja gar nicht. Wie denn? Vielleicht muss man in die Höhle anders reinkommen. Also von der anderen Seite und gar nicht von hier. Hm. Naja, gut. Da ich ja jetzt wieder springen kann, widme ich mich wieder dem zu, wo ich vorher war. Ich freue mich sehr, dass es jetzt so losgeht. Ich bin wieder so ein bisschen aufgeregt wie damals. Die Wölfe waren ja Gott sei Dank schon hier. Aber das Ding ist, ich bin auch immer ein bisschen angespannt bei den Toonplader-Spielen, weil die mich halt auch immer erschrecken. Also diese Tiere, die hier immer auf einmal kommen und so, das ist schon nicht ohne manchmal. Jetzt ist die Frage, was kann ich denn machen? Wie komme ich denn da rüber? Gibt es hier irgendwie eine andere Stelle, wo ich mich mit meinem Haken irgendwie... Oder sie kann da einfach so jetzt hochklettern. Ah. Ja, das ist gut. Ähm... Wo ist denn jetzt diese Höhlenstelle? Die ist da vorne. Und von da so rüberkommen... Das wäre nicht gegangen? Nee. Da war ich ja auch schon. Ich glaube auch nicht, dass das geht. Vielleicht ja von hier oben. Geht die jetzt auch kaputt? Hm. Kann ich mich hier runterlassen? Da hält sie sich nicht fest. Und direkt unter uns wäre das eigentlich. Aber es geht anscheinend hier erstmal normal weiter oder so. Weiß es nicht. Gibt hier noch was? Ich finde, es sieht sehr, sehr toll gemacht aus. Und die Spiele haben so eine eigene Atmosphäre. Springen sie auf das Seil zu. Am besten ist ja eigentlich... Man kommt hier... So mal rüber. Ans Medipack. So. Mit ordentlich Schwung könnte das doch gehen. Oder auch nicht. Drücken sie schnell leer, um sich von einem Niederschlag durch einen Gegner zu erholen. Was ist denn leer? Scheiße. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Ah. Es geht hier los, ey. Ich fasse es nicht. Leute, was ist denn leer? Hängen sie am Sä. Können sie mit den Bewegungstassen schwingen oder die Richtung ändern? Drücken sie leer, um abzuspringen. Okay. Also es ist die Sprungtaste, ja? Verstehe ich das richtig? Es muss doch gehen hier, dass man da rüberkommt. Ich habe aber echt ein bisschen Schiss hier wegen den Bären. Oh, ich habe es geschafft. Und was mache ich jetzt? Jetzt habe ich Pech hier, oder was? Oh Gott, der Bär. Ich will nicht. Oh, voll gut. Ich habe es geschafft. Aber ich glaube, ich kann da nicht drum rum. Ich muss den Bär noch bestimmt... ...nochmal bekämpfen. Vielleicht war da auch ein Secret oder so. Oh, schon wieder hier. Leertast. Ich finde das so blöd, dass das Spiel nicht aufs Gamepad reagiert. Mir hier die ganze Zeit sowas angezeigt. Um höher, um weiter zu springen. Das kennen wir ja schon aus dem Haus. Mhm. Ja, und wäre da unten jetzt was gewesen? Ich will es nur mal wissen. Hoffentlich keine Bären. Ich weiß, ich bin jetzt gerade ein bisschen schisserig, dass ich hier nicht gegen den nochmal kämpfe. Aber der war auch unten und lag ja eigentlich quasi gar nicht auf dem Weg. Voll heftig, dass der da auf einmal kommt. Das meine ich halt mit... Das ist so fies. Oha. Was ist denn hier? Okay, ein Kontrollpunkt. Wie soll ich denn da schnell durchrennen? Ich weiß nicht, wie es mit dem Schnellrennen geht. Also ich drücke gerade alle Tasten, die ich habe, aber ich weiß nicht, wie man schnell rennt. Also werde ich wieder rollen müssen. Okay, getroffen. Haben Sie kleine Medipacks, können Sie diese mit V benutzen. Drücken Sie B, um ein großes Medipack einzusetzen. Öffnen Sie über das Objektmenü das Inventarbildschirm Laras Tagebuch. Okay, ich kann die auch manuell nehmen, ne? So. Und dann gucken wir mal ins Tagebuch. Es muss einen Weg geben, die Tür zu öffnen. Alles klar. Ja, weiß ich noch nicht, wie es mit dem Medipack sieht. Ich bin mit der Steuerung gerade hier ein bisschen überfordert. So würde die anscheinend aufgehen oder auch nicht. Aber ich versuch's mal. Mit Klettern. Oh nein. Hey, komm mal her. Komm her und hör auf mich zu erschrecken. Das Problem ist, merke ich gerade, dass sie mich dauerhaft schießt. Oh, das ist ja blöd. Das habe ich auch beim Bären gerade gemerkt. Dass sie da irgendwie nicht so richtig voll drauf ballert. Das ist natürlich nicht so gut. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie dann in der Zeit nachlädt oder so. Hm. Was mache ich jetzt hier? Ah, okay. Okay. Wow. Ja, nun schieß doch mal. Ich... Oh, das ist echt. Also das mit dem Schießen finde ich gerade ein bisschen blöd. Aber gib mir ein bisschen Zeit, um mich hier reinzufinden. Das wäre toll. Oh, okay. 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 Jetzt haben wir da den einen Hebel irgendwie aufgemacht. Nochmal hält sie sich da auch nicht fest. Es reicht anscheinend auch. Hm. Was mache ich denn jetzt? Muss ich jetzt nochmal hier hoch? Damit ich hier so rumklettern kann? Nee. Komme ich nicht weiter. Ähm. Hm. Irgendwas wuselt da unten doch schon wieder rum, oder? Ach nee, das sind die Pfeile. Oder? Hm. Es war aber nur eine Seite. Was ist mit der anderen Seite? Oh je, meine. Oh je, meine. Ist das jetzt ein Fehler, dass ich jetzt hier wieder hochkletter? Hm. Hier waren wir dann ja auch noch nicht. Ich glaube nicht. Ah, hier ist der andere. Alles klar. Ha, jetzt haben wir die Hebel auch geöffnet. Moment. Und es öffnet sich das mysteriöse Tor. Und was ist bitte auf der anderen Seite? Das erfahren wir im nächsten Part. Und das war schon jedenfalls... Für mich war es auf jeden Fall schon mal ein spannender erster Part. Vor allem der Bär hat mich reichlich überrascht gerade. Und auch das mit den Wölfen, also das Schießen, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit R2 drücke. Ja, jetzt ballert sie wieder schön drauf. Aber gerade eben beim Wolf hat man es auch gemerkt, zwischenzeitlich dann wieder so Aussetzer, wo ich halt die ganze Zeit drücke. Na, mal schauen, wie sich das so in den nächsten Parts noch entwickeln wird. Und die Gegner werden ja nicht unbedingt leichter werden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir doch einen Kommentar oder einen Daumen hoch oder so. Würde mich freuen. Und bis dann.